...und diese Temperaturen größer hat er noch da einen Tor draus macht. Hier der Zweikampf. Baran gegen Nils. Und er macht das sehr geschickt die ganze Zeit. Nils, Nils, wir können gleich sehen. So können Körperkontakt halten, die Baran. Und in der letzten Phase schiebt er ihn mit dem Ellbogen. Wenn er da die Hand nimmt, ist es faul, aber dadurch, dass er ihn mit dem Ellbogen quasi führt, ist es halt faul, macht er überragend. Also er schubst nicht, sondern er schiebt und macht den Schubstichteil schwer. Das ist der Schubstichteil schwer. Und das als Zweikampf. Genau, er hat natürlich noch den Körperkontakt zurückgekommen. Ungefähr ein bisschen Ressortschild und ihn so verändern, dass er unangest. Toll. Schon das vierte Tor durch Standards bei dieser Weltmeisterschaft für die Deutsche Mannschaft jetzt schon doppelt zu viel. Standard-Tor im Vergleich zur WM 2010. Und der Bundeswehr hat immer gesagt, für Standards habe ich leider keine Zeit. Wir haben so viele andere Dinge. Aber jetzt hat er auch gesagt, er hat sich ja erstes nicht gelohnt. Und dieses Tor können Sie in 18... ... ... ... ...